Hallo zusammen, ich habe hier die neue Canon R5 in der Hand. So wie auch das Canon 85mm 2.0 auch von Canon. Canon R5 ist die Kamera, die alles kann, darum Canon. Canon R5 kann 8K Video mit 25 Frames bis zu 12 Bit im RAW. 4K 120 Frames mit 10 Bit, was sensationell ist, um so zu arbeiten und auch um richtig zu arbeiten. Es hat einen stabilisierten Sensor, der über 8 Blenden geht. Ein Autofokus, der dir dein Auge, dein Gesicht, dein Oberkörper und dein Hund erkennt. Der alles sehr einfach und langsam fokussiert. Wenn es schnell geht, kann es auch schnell. Gehen wir zum Sensor. 45 Millionen Euro? Braucht man mehr? Nein, wir können es. Also werden wir hier. Das ist eine Probe.